Okay, anlegen, wieder so ein scheiß Viech, nein, wie sieht's eben doch an, wow, das kann nicht wahr sein. Gebt mir die Reaper-Gestalt, fühlt sich eh superschnell wieder auf, so unberechenbar die Viecher. Sehr gut. Ich bin natürlich einfach zur Seite. Okay, ist der Weg jetzt frei? Gut. Nehmen wir mit. Hm, riesiger Raum, da oben ist eine Truhe. Und was haben wir drin? Oh, gar nicht mal so schlecht. Ah, ich fand meine eigene, die Gruppe, die ich gerade gefunden habe, genau die, fand ich ein bisschen besser. Okay. Das ist ja irgendwie beschwerend. Das muss eigentlich kein Thema sein. Oh, ich krieg sogar zwei. Perfekt. Ah, nein, ich hätt' mich ja drauf stellen müssen. Ah, beide verwandeln sich, okay. Kein Problem, einer geht ein. Einer geht ein. Einer geht ein. Äh, keiner geht. Geht doch. Okay, noch wieder jeder mehr. Zwei Stück wieder. Oh, kleine Viecher. Einige, merk. Bleib. Bleib. Mistlicher. Das ist nicht möglich. Okay. Kein Problem. Okay, guck mal, wie's weitergeht. Einer geht hier drauf. Ja. Wo geht's denn hier lang? Ah, da kann auch einer hin. Gehen wir erstmal hier durch. Ah, der Weg ist versperrt. Haha. Unmöglich. Unmöglich. Das kann ich nicht. Stimmt. Da ist kein direkter Weg, der da hingeht. Das ist blöd. Machen wir denn da? Hier irgendwas? Hä? Wenn ich hier durch geh, verschwinden die wieder. Ja, ja. Da ist aber noch was. Müsste eigentlich die Tür aufgehen. Okay. Ich muss die zwei wieder mitnehmen. Muss aber egal. Ja, ich muss die mitnehmen. Du kommst als erster mit. Wahrscheinlich kommt der mir jetzt nicht hinterher oder so. Scheiß. Müssen wir mal gucken. Na komm. Hier geht's noch hoch. Oh, hier ist ein einfacher Weg. Ja, hier komm ich super locker wieder zurück. Okay, dann mal weiter. Zu. Schlüssel. Da muss einer hin. Einer war noch auf der anderen Seite. Oh, der prügelt sich da. Oh, viel Spaß. Haha. Ah, jetzt ist die Truhe da nur aufgegangen. Wie dumm. Da kann unmöglich der Schlüssel drin sein. Da ist auch nicht wirklich was. Da ist auch nicht wirklich was. Hm, wir kommen ja hier jederzeit wieder zurück, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Wenn wir da einmal unten runter gefallen sind, glaube ich nicht, dass wir so leicht zurückkommen. Wir müssen da hinten nur an diesen Schalter kommen. Hm, naja. Gucken wir mal. Wäre jetzt der einzigste Weg. Darüber springen geht nicht. Hm, jetzt auch alles zu. Genau hier. Wie kriegen wir die Brücke hier hoch, ist die Frage. Das ist wirklich gar nichts. Komisch. Das ist extrem merkwürdig wieder. Gucken, ob ich das schaffe. Ja. Hm. Ich sehe keine Schalter mehr. Das ist das Problem. Den kann ich da hinten nicht benutzen. Ist zu weit weg. Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Und hier kommen wir auch nicht durch. Hm. Ist da hinten vielleicht irgendein Schalter? Nee. Was sagt Rabe? Rabe sagt, wir müssen durch die Tür. Klar. Wir brauchen aber einen Schlüssel dafür. Hm, das ist echt merkwürdig. Und die beiden wollen ja auch nicht so wirklich dahin. Ich hole den erstmal wieder. Da muss einer hin. Ah. Das habe ich ganz vergessen. Moment, da kann was sein. Vielleicht kommen wir so auf die andere Seite. Macht nicht den Anschein. Könnten uns da eher ranziehen von der anderen Seite. Mehr aber nicht. Ja, ich denke, dafür ist es auch gedacht. Hm. Das ist schon merkwürdig. Auf der anderen Seite kann ich mich nicht hinziehen. Wie du befehlst. Wie du befehlst. Schauen wir uns da hinten nochmal ein bisschen um. Vielleicht übersehe ich was. Oh, du kommst wieder mit. Hm. Da hinten will der ja nicht hin. Das ist nicht merkwürdig. Sag ich ja. Wo ist denn hier noch so ein Schalter? Hm. Schon merkwürdig. Ich komme nirgendwo hin, weil alles zu ist. Kommen wir vielleicht so darüber. Nö, da unten ist aber irgendwas. Hier so. Ah, da kommt der Sache doch schon näher. So. Da kommt einer hin. Oh, der braucht ein bisschen. Haha. Wunderbar. Dann schauen wir uns hier mal um. Also von da kam er. Ich denke wir müssen hier weiter. Jopp. Okay. Hier kommen wir runter. Lass ich mir doch einfach fallen. Ah, dann haben wir den Schlüssel. Viecher und Bau direkt. Okay. Wir müssen einmal die Gitarre wegmachen und dann die Plattform nach unten bewegen. Schauen wir mal. Können die da hin? Wie du befehlst. Und die andere Pfeife. Hm. Vielleicht können wir immer nur erst einen reindrücken. Ah, da geht's schon mal runter. Nur bis zur Elfte. Ah, ich muss garantiert die Richtlinie machen. Ah, da geht's schon mal runter. Ah, ich muss garantiert die Richtlinie machen. Ich muss die Reihenfolge finden. Nehmen wir mal den. Mitte war's auf jeden Fall schon mal. Ah, scheint falsch gewesen zu sein. Also Mitte, Rechts, Links. Oh, da kommen wir noch Viecher. Oh ja, so klar. Oh. Ich weiß jetzt nicht so toll mit den Handschuhen. Und tschüss. Oh, wie viele. Okay. Mitte. Ich hoffe, die Reihenfolge ändert sich nicht. Das wäre furchtbar dämlich. Das war richtig. Links war falsch, also rechts. Wie du wünschst. Okay, nur noch einer. Mitte, Rechts, Links. Hallo, Schlüssel. Hier sind aber nur Tore, ne? Na ja, egal. Egal. Fürs erste Ding machen wir erstmal weiter. Oh, jetzt muss ich wieder nach oben. Als ob ein Pferd galoppieren würde. Okay. Okay, wunderbar. Und Mund auf. Und da wären wir schon drin. Oh oh, riesige Spinne. Oh shit, wenn das nicht mal der Boss hier ist. Oh, ich brauche nicht wieder. Aus der Asche wurde ich wieder geboren. Ja, das wurdest du. Okay. Wo setze ich euch denn hin? Einer geht mal hier hin. Geht schon mal die Brücke hoch. Okay, wo geht's hier lang?